Um die geschichtlichen Hintergründe für den Einsatz des deutschen Grenzschutzes in den östlichen Provinzen des Deutschen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1919 zu verstehen, muss man einen langen Blick auf die Geschichte Polens werfen. Denn dieses Land war immer wieder quasi der Spielball Preußens, Österreichs, des russischen Zarenreiches und, häufig unterschlagen, auch Frankreichs gewesen. Sehen wir also zurück in die frühe Neuzeit. Von 1569 bis 1795 war Polen-Litauen eine Republik mit konstitutioneller Monarchie gewesen. 1791 waren diese beiden Staaten zum Einheitsstaat zusammengeschmolzen worden. Allerdings hatten die Länder Preußen, Blau, Österreich-Gelb bzw. Orange und Russland-Grün während insgesamt drei Teilungen, der ersten im Jahr 1772, bei der zweiten Teilung 1793, schließlich bei der dritten 1795 sich diesen Unionsstaat aufgeteilt, so dass Polen als souveräner Staat für 120 Jahre nicht mehr existiert hat. Nur ein paar Jahre nach der dritten Teilung, 1807, waren die Franzosen an der Reihe. Napoleon I. hatte die preußische Armee in den Schlachten von Jena und Auerstedt besiegt, große Teile der preußischen Armee hatten kapituliert und der eroberungsfreudige Korse war am 27. Oktober 1806 in Berlin eingezogen. Erst im Winter des Jahres 1806 auf 7 konnten ebenfalls gegen Frankreich kämpfende russische Truppen eine Entlastung für Preußen bringen. Nachdem aber russische und preußische Truppen am 14. Juni 1807 in der Schlacht beim ostpreußischen Friedland eine schwere Niederlage erlitten hatten, kam es zum Friedensvertrag von Tilsit in Ostpreußen. In diesem Vertrag wurde Europa in eine französische und russische Interessenssphäre aufgeteilt. Preußen wurde quasi zu einem Vasallenstaat Frankreichs und auf die Größe einer europäischen Mittelmacht zurückgestuft. Aus preußischen Teilen, hier in blau, ließ Napoleon einen anderen Vasallenstaat gründen, das Herzogtum Warschau. Aber nach Napoleons Niederlage gegen Russland 1812, seinem Exil auf der Insel Elba, Der überraschenden Rückkehr kam mit der für Frankreich verlorenen Schlacht bei dem belgischen Waterloo am 18. Juni 1815, hier der Angriff preußischer Truppen bei Plansch Noir, das Aus für den Macht- und Eroberungshungrigen Franzosen. In dem im selben Jahr abgehaltenen Wiener Kongress, der Europa nach Napoleons Ende neu ordnen sollte, wurde aus dem Herzogtum Warschau jetzt das sogenannte Kongresspolen. Zu diesem Kongress schrieb der polsische Generalfeldmarschall Gerhard Lebrecht von Blücher, der Sieger von Waterloo, Zitat, Der Kongress gleicht einem Jahrmarkt in einer kleinen Stadt, wo jeder sein Vieh hintreibt, es zu verkaufen und zu vertauschen. Zitat Ende. Vom Territorium des Kongresspolens wurde neben Posen Krakau ausgeklammert. Es wurde als freie Stadt unter das Protektorat Russlands, Preußens und Österreichs gestellt. Dann, nach mehreren gegen Wien gerichtete, allerdings gescheiterte Aufstände, wurde die Stadt am 16. November 1846 durch Österreich besetzt und als Großherzogtum Krakau in das österreichische Kronland Galicien überführt. Posen wiederum war am Wiener Kongress an Preußen gefallen und zusammen mit dem zurückgehaltenen Westteil der 1807 eingebüßten Provinz Südpreußen zur preußischen Provinz Posen geformt worden. Was das sogenannte Kongress Polen betraf, sollte es formell ein unabhängiges Königreich Polen auf Basis einer konstitutionellen Monarchie sein, nur durch eine Personalunion mit dem russischen Kaiserreich verbunden. Da aber St. Petersburg diese Vereinbarung nach und nach immer stärker zu seinen Gunsten auslegte, liquidierte es 1832 nach einem ein Jahr vorher gescheiterten polnischen Aufstand unter Bruch der Wiederkongressakte die polnische Autonomie und verleibte sich das Gebiet verwaltungstechnisch als Provinz Weichseland ein. Polnisch als Ansprache wurde verboten und aus dem offiziellen Gebrauch gestrichen. 1915 während des Ersten Weltkrieges eroberten und besetzten deutsche und österreich-ungarische Truppen diesen russischen Teil Polens. Bei ihrem sogenannten großen Rückzug verloren die Russen in einem sinnlosen Opfergang mehrere Divisionen gegen die vorrittenden deutsch-österreichischen Truppen, was die Moral der russischen Armee auf einen Tiefpunkt geraten ließ und stark zersetzend wirkte. Jedenfalls führte diese Niederlage mit zum Ende der zaristischen Herrschaft über Kongress Polen, was später mit dem Friedensvertrag von Brest-Litovsk im März 1918 auch völkerrechtlich besiegelt wurde. Bereits am 5. November 1916 war auf Wunsch des deutschen Kaisers Wilhelms II. aus dem jetzt mehrheitlich in deutscher Hand befindlichen Kongress Polen das Regentschaftskönigreich Polen gegründet worden. Es sollte eng mit dem Königreich Preußen verbunden sein, verwaltungstechnisch in polnische Verantwortung gehen, militärisch aber unter dem Oberkommando des deutschen Kaisers und Königs von Preußen stehen. Diesem Plan, aus der Not geboren und mehr militärischen als politischen Gründen entsprungen, waren heftige Unstimmigkeiten zwischen Deutschland, hellblau, und Österreich-Ungarn, hellgrün, vorausgegangen. Beide Seiten wollten sowohl das künftige Polen in eine Zollunion mit dem jeweils eigenen Staat sehen und wollten auch die Grenzziehung unterschiedlich gestalten. Was die militärische Komponente betraf, erhofften sich die Mittelmächte im Kampf gegen Russland eine Verstärkung ihrer Truppen um neun polnische Infanterieregimenter, 27 Maschinengewehrkompanien sowie sechs Eskatronen-Kavalerie, im Bild Soldaten des zweiten Infanterieregimentes. Wie ein Teil der Polen das neu geschaffene Regentschaftskönigreich sah, zeigt diese zeitgenössische Zeichnung. In dieses Horn stieß auch die polnische Nachkriegspropaganda. Aber in Wirklichkeit herrschte bereits vor dem Krieg in Polen große Uneinigkeit, wie ihre Zukunft aussehen könnte. Wer die einen für ein Zusammengehen mit dem von Kaiser Karl, dem ersten regierten Österreich-Ungarn, eintraten, wollten andere mit Deutschland zusammenarbeiten. Dann gab es den radikal-nationalistisch agierenden Josef Pilsudzki mit seiner Militärorganisation. Pilsudzki wollte Polen auf Kosten Sowjetrusslands nach Osten hinaus dehnen, was 1918-19 zum polnisch-ukrainischen Krieg und 1919 bis 1921 zum polnisch-sowjetischen Krieg geführt hat. Während dieser zwei Auseinandersetzungen wurden von beiden Seiten zahlreiche Kriegsverbrechen verübt. Pilsudzki, der 1933 angeblich zweimal von Frankreich einen Präventivkrieg gegen Deutschland gefordert haben soll, was aber von Paris abgelehnt worden sei, regierte von 1926 bis zu seinem Tod 1935 als Diktator. Er ließ politische Widersacher inhaftieren, in der sie zum Teil Folterungen ausgesetzt worden waren. Hier ist er anlässlich eines Empfangs in Warschau am 15. Juni 1934 zusammen mit dem deutschen Minister für Volksaufklärung und Propaganda Josef Goebbels. Pilsudzki war gegen jede Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, verfolgte stattdessen den Plan einer gegen Russland gerichteten sogenannten Ostföderation, also quasi Pufferstaaten, die das Baltikum, die Ukraine und den Kaukasus umfassen sollte. Schließlich gab es lautstarke aktivistische Gruppierungen, die jegliches Zusammengehen mit den Mittelmächten, also Deutschland und Österreich-Ungarn, und dem obersten polnischen Volksrat in Krakau ablehnten. Hauptvertreter dieser radikalen Ablehnung war Roman Stanislaw Dmolski. Dmolski war Gutsbesitzer, freigestellter deutscher Reserveoffizier und übler Antisemit. Nach der Jahrhundertwende war er zuerst stark prorussisch aufgetreten, dann, mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges, hatte er sein Herz für die Entente entdeckt und arbeitete von da an eng mit Deutschlands Gegnern zusammen. Dmolski residierte seit 1917 in Paris. Dort forderte der Hardliner unablässig, Zitat, eine Expansion Polens nach Westen über die historischen Grenzen hinaus, um ehemals slawische, germanisierte Gebiete wiederzugewinnen. Zitat Ende. Diese Einstellung brachte ihn in schroffen Gegensatz zu seinem politischen Feind Pilsudski. Während der Verhandlungen in Versailles über die deutschen Gebietsabtrennungen leitete Dmolski die polnische Delegation und erreichte mit tatkräftiger Unterstützung Frankreichs, hier französische Truppen, 1922 im oberschlesischen Oppeln, tatsächlich die Angliederung rein deutscher Gebiete an Polen. Das alles war am Tage des deutschen Zusammenbruchs, am 9. November 1918, die historische Gemengelage, mit der die deutschen politischen und militärischen Vertreter sich in dem sogar mit eigenem Geld ausgestatteten Regentschaftskönigreich Polen konfrontiert sahen. Rückblickend kann dazu festgestellt werden, dass viele von ihnen dieser Herausforderung nicht gewachsen waren. Viele hatten in den Polen das gesehen, was der Generalgouverneur, Generaloberst Hans von Beseler, 1916 in einem Brief an seine Frau geschrieben hatte. Zitat. Sie sind ein Volk von Kindern und Phantasten, jagen Phantome nach und ersetzen die ernste Staatsgesinnung durch einen überspannten äußerlichen Patriotismus. Gründe und Logik sind ihnen ein Gräuel, sie berauschen sich an Reden und zum Teil schönen Liedern. Zitat Ende. Auch rechte sich jetzt, dass man es in Berlin in all den Jahren erst gar nicht versucht hatte, die willigen unteren Schichten, vulgo das Volk, für sich zu gewinnen. Stattdessen hatten die deutschen hohen Militärs- und Verwaltungsbeamten sich bei der herrschenden Oberschicht Polens angebiedert, bei den Gutsbesitzern, Richtern, Professoren, Ärzten und Verwaltungsbeamten sie zu deutschen Reserveoffizieren ernannt, um gemeinsam, Zitat, mit den Herrenkameraden auf die Jagd gehen zu können. Zitat Ende. In Wirklichkeit hatte ein großer Teil dieser polnischen Oberschicht die Deutschen immer gehasst und war ihnen auch als Erste in den Rücken gefallen. Was die in dieses Grenzland geschickten deutschen Vertreter der unteren und mittleren Beamtenschaft beziehungsweise des Militärs betraf, waren die nicht selten aus ihren warmen Sesseln im Reich aufgrund irgendwelcher Verfehlungen in die äußerste Provinz strafversetzt worden. Charakterlich nicht immer untadlich und mit dem Fehlen des Gefühls für Würde und soziale Verantwortung hat diese Personengruppe mit ihrem abwertenden Verhalten immer wieder das nationale Bewusstsein gestärkt, darüber hinaus den stark ausgeprägten polnischen Nationalstolz beleidigt. Dazu gehörten auch die deutschen Unterwiziere, für die ihre polnischen Rekruten nichts anderes waren als, Zitat, dreckige Polacken und polnische Edelsäue. Zitat Ende. Aber trotzdem haben diese Polen in den deutschen Regimentern Schlesiens tapfer Seite an Seite mit ihren Kameraden aus dem übrigen Reich gekämpft und waren dabei erheblich zuverlässiger als die Elsass-Lothringer. Weiterhin hatten die häufig protestantischen Vertreter Deutschlands die Macht des polnischen katholischen Klerus unterschätzt, hier die Mitglieder des Regentschaftsrates 1917. Die Priester hatten schon den Kindern in der Schule beigebracht. Zitat, katholisch ist gleich polnisch. Zitat Ende. Pilsudski hatte dies mit der immer wieder wirksamen Formel noch erweitert. Zitat, deutsch ist reich, polnisch ist arm. Zitat Ende. Als dann sowohl die deutsche militärische als auch die politisch-verwaltungsmäßige Administration mit dem Zusammenbruch am 9. November 1918 konfrontiert wurde, wie hier bei einer polnischen Demonstration in Posen, blieb der Befehl von oben aus. Daraufhin krachte der ganze Apparat zusammen, in einer Mischung von Hilflosigkeit, Entschlussfeigheit und peinlichem Bestreben, wenigstens die eigene Haut zu retten. So ließ die Etappe und die vor einen selbstständigen Entschluss gestellten deutschen Verwaltungsbehörden sich von einer Handvoll polnischer Revlutzer ins Boxhorn jagen, ließen die ihnen anvertrauten Ämter im Stich und flohen. Und nachdem ein paar polnische Legionärskompanien die gesamte Besatzung der Festung Warschau entwaffnet hatten, schlicht der Generalgouverneur, Generaloberst von Beseler, am 12. November 1918 durch einen Hinterausgang aus seinem Dienstsitz im königlichen Schloss. Aus Angst vor dem deutschen Soldatenrat, allesamt Etappenhelden einer im Krieg bisher unbehelligten Festungskompanie, hatte sich der Herr General als Arbeiter verkleidet und war auf einem Weichseldampfer in Richtung Deutschland geflohen. Hinter ihm erfolgte eine wahre Entwaffnungsorgie der noch vor ein paar Tagen in deutschen Diensten gestandenen polnischen Soldaten, an der sich sogar zwölfjährige Jungen beteiligten. Wohl waren die von der obersten Heeresleitung und der Generalfeldmarschall von Hindenburg geleiteten Fronttruppenteile in vorbildlicher Ordnung nach Deutschland zurückmarschiert. Aber die rückwärtigen Verbände, die in der Stunde der Not ohne Führer und Befehl geblieben waren, wurden von den Polen entwaffnet und in Viehwagen gegen Westen verfrachtet. In Posen, der Hauptstadt der gleichnamigen preußischen Provinz, hatte der Pazifist und stellvertretende Staatssekretär Helmut, genannt Hello von Gerlach, ganze Arbeit geleistet, der auch die Armee befallen hatte. So ließ der kommandierende General Eduard von Below auf ein leeres Gerücht hin, die Fahnen der preußischen Regimente in der Zentralheizung verbrennen. Als dann deutsche Fronttruppen eingetroffen und die Situation befriedet hatten, sprach das unter anderem auch für die Sicherheit der dort lebenden Deutschen verantwortliche Generalkommando unter von Below, Zitat, die bestimmte Erwartung aus, dass künftig solche verwerflichen Zusammenstöße vermieden werden. Zitat Ende. Am 30. Dezember 1918 erschienen aus Berlin die Beauftragten der deutschen Regierung, Eugen Ernst von der SPD, das Bild zeigt ihn 1946, sowie der SPD-Politiker Paul Göre und veranlassten den Abtransport des letzten deutschen Frontregiments. Am 27. Januar 1919 brachte Posner Aufstand aus, der am 16. Februar mit einem militärischen und politischen polnischen Sieg endete und faktisch noch vor dem Versailler Vertrag den Hauptteil der bisherigen Provinz Posen vom Deutschen Reich abtrennte. Blau die alten Grenzen der Provinz, Rot die neue Demarkationslinie. Mitte Januar war fast die gesamte Provinz Posen mit ihren zwei Regierungsbezirken Posen, Rot und Bromberg-Grün vor den aufständischen Polen besetzt. Ende Januar wurde der kommandierende General Georg Karl Wichura aus dem polnisch gewordenen Posen abgeschoben. Allerdings hatten sich inzwischen die deutschen Truppen neu aufgestellt und operierten jetzt unter dem Sammelbegriff Grenzschutz-Ost. Diese Verbände als ein Teil der vorläufigen Reichswehr übernahmen die Verteidigung der von den Polen widerrechtlich besetzten Gebiete und der östlichen Reichsgrenze bis zu einer endgültigen Friedensregelung. In Gegenangriffen versuchten sie, den Weg nach Posen aufzusprengen, was ihnen Anfang Februar mit dem Durchbruch der polnischen Front zwischen Bentschen und Unruhstadt auch gelungen war. Ehe sie allerdings auf den Sprung nach Posen ansetzen konnten, kam ein Vormarschverbot der Berliner Regierung. Hintergrund dafür war die am 16. Februar 1919 in Trier geschlossene dritte Verlängerung des Waffenstillstandes vom 11. November 1918. Hier der Vertragstext des Artikels 1. Zitat Die Deutschen müssen unverzüglich alle Offensivbewegungen gegen die Polen in dem Gebiet von Posen oder in jedem anderen Gebiet aufgeben. Zitat Ende Befehl war Befehl. Zähne knirschend gehorchten die deutschen Regimenter und blieben stehen. Als aber dann am 7. Mai 1919 die den deutschen diktierten Friedensbedingungen von Versailles bekannt wurden und sich ein durch alle Parteien gehender Sturm der Entrüstung breitgemacht hatte, bestanden innerhalb des Grenzschutzes Ostpläne, den Rückzug aus den umstrittenen Gebieten nicht nur zu verweigern, sondern aus einem sogenannten Oststaat heraus und notfalls im Zusammengehen mit den bolschewistischen Truppen Leo Trotzkys die von Polen eroberten Gebiete zurückzugewinnen. Dazu gibt es das Video 1919 mit Sowjetrussland gegen Versailles. Am 28. Juni 1919 unterzeichnete Deutschland unter Protest den damals auch als Friedensdiktat von Versailles genannten Versailler Vertrag, in dem Deutschland zunächst an Polen 42.925.000 Quadratkilometer verlor. Hinzu kam 1922 das Gebiet von polnisch Oberschlesien mit 3.213 Quadratkilometer, sodass Polen damit 46.142 Quadratkilometer ehemals deutsches Gebiet erhielt. Danzig wurde, obgleich zu 97% deutschsprachig, entgegen dem erklärten Willen der Bevölkerung vom Reich abgetrennt und zu einem unter dem Schutz des Völkerbundes stehenden Freistaat erklärt. Der neu gegründeten Republik Polen waren darin zahlreiche Sonderrechte eingeräumt worden. Unter anderem wurde ihnen zugestanden, auf der Westerplatte an der Mündung der Alten Weichsel ein Munitionsdepot anlegen und dort eine kleine militärische Einheit zu stationieren. Allerdings hielten sich die Polen nicht an diese vertraglichen Vorgaben, sondern befestigten und bauten in der Folgezeit diese Anlage widerrechtlich aus. Bis es zum Versailler Vertrag gekommen war und den für Deutschland so schmerzhaften und als ehrenrührig empfundenen Abtrennungen hatten rund 200.000 Mann des Grenzschutzes Ost das expansionslüsternde Polen auf Distanz gehalten. Weitere 200.000 Mann Zeitfreiwillige standen als Reserven bereit. Aber die deutsche Nation kennt keinen Cromwell und schon gar keinen Napoleon. Dafür regierten damals die über die Revolution im November 1918 an die Macht gekommenen Volksbeauftragten. Die hatten zwar alle Stein und Bein geschworen, Zitat, den Schandvertrag niemals zu unterzeichnen, Zitat Ende, gefielen sich dann aber doch sehr schnell in ihrer neuen Rolle als wohlbestallte Minister, wollten kein Risiko eingehen, fielen von ihren Versprechen um und unterzeichneten den Versailler Vertrag. Dazu gibt es das Video Deutschlands Weg nach Versailles, 7.05. bis 28.06.1919. Und während die Zehntausende von deutschen Freiwilligen wieder einmal an ein Wunder glaubten und sie sich entweder im mühseligen Kleinkrieg oder in der täglichen Gefechtsausbildung für die erwartete Entscheidung verbrauchten, rollten fünf in Frankreich aufgestellte sogenannte Hallerdivisionen im Eisenbahntransport durch Deutschland. Über Mainz, Erfurt, Leipzig nach Polen, um dort die gegnerische Front entscheidend zu verstärken. Zusammengesetzt waren diese Divisionen aus 35.000 ehemals in der deutschen oder österreichisch-ungarischen Armee gedienten und in französischer Kriegsgefangenschaft umgetreten polnischen Soldaten, also Deserteuren, sowie rund 23.000 Amerikanern mit polnischen Wurzeln. Diese sogenannte Haller-Armee, wegen ihrer blauen französischen Uniformen auch als blaue Armee bekannt, stand unter dem Befehl des Generals Josef Haller von Hallenburg, einem ehemaligen Oberst in der 1914 aufgestellten Zweiten Polnischen Legion, zuerst in der österreich-ungarischen Armee, dann mit Gründung des Regentschaftskönigreichs Polen 1916 unter deutschem Oberbefehl. Im Juli 1918 war Haller, hier seine Originaluniform, nach Frankreich gegangen und hatte dort die Führung der am 4. Juni 1917 in Frankreich aufgestellten blauen Armee übernommen, von denen Teile ab Juni 1918 gegen deutsche Truppen eingesetzt wurden. Insgesamt zählte die blaue Armee rund 100.000 Mann. Einer dieser Haller Soldaten war Ludwig Marian Kaczmierzak, der Großvater väterlicherseits von Angela Merkel. 1915, im Ersten Weltkrieg, war Kaczmierzak als 19-Jähriger in die deutsche Armee eingezogen und an die Westfront verlegt worden. Zu seinem Eintritt in die blaue Armee gibt es unterschiedliche Angaben. Entweder Desertation oder in Kriegsgefangenschaft übergelaufen. Jedenfalls war er in Frankreich in das 1. Artillerie-Regiment der blauen Armee eingetreten und hatte nach den Kämpfen an der Westfront für Frankreich anschließend an den polnisch-ukrainischen und polnisch-sowjetischen Feldzügen teilgenommen. Später kam Kaczmierzak zurück nach Deutschland, wo er 1930 seinen Namen in Kasna änderte, zum protestantischen Glauben wechselte und Polizist wurde. Familienangehörige bescheinigten Kaczmierzak Kasna, bis zu seinem Tod ein überzeugter Pole gewesen zu sein. 1922 waren die Haller Divisionen auch ein Teil der Insurgentenarmee von Pilsudski, die während des dritten polnischen Aufstandes Fakten schuf, die wiederum zur Einverleibung eines Teiles von Oberschlesien durch Polen geführt haben, einem Verlust von 53 von 67 Steinkohlegruben, darüber hinaus 90% der Kohlenvorräte. Vorausgegangen war die für Polen ungünstig ausgegangene Volkszählung in Oberschlesien, bei der bei einer Wahlbeteiligung von 97,5%, 59,9% für den Verbleib bei Deutschland und nur 40,6% für Polen gestimmt hatten. Mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrages, bei dem die den Deutschen schon vorher weggenommenen Ländereien unter dem Rechtsbegriff Uto Posidetis Juris, zu Deutsch, wie ihr besitzt, so sollt ihr besitzen, den Polen übereignet worden waren, ging der Grenzschutz Ost verbittert auseinander. Oder er verfiel den Auflösungsbestimmungen des Versailler Vertrages. Aber seine Mitglieder hatten der Regierung das kampflose Weggeben deutschen Landes nicht vergessen. Als dann ein neues Unternehmen lockte und sie im Baltikum standen, verweigerten sie den Halte- und Rückmarschbefehl der Regierung. Davon berichtet das Video 1919 Die eiserne Division im Baltikum Einmal Intro Lebensjahr